Als Weltmeister in Zürich antreten zu dürfen, das ist natürlich etwas vom Grössten, was es gibt für einen Schweizer Athleten. Bereits ab der ersten Runde stehen die Zuschauer auf, um das Ganze besser zu sehen. Zwischzeit 49.17 Uhr. Ruder geht jetzt am führenden Gittu vorbei. Keiner der Gegner hat hier mehr eine Chance. Durchziehe Nadre. Und dann gibt es eine sensationelle Zeit. 1, 42, 57. Neuer Schweizer Rekord. Fast für ein Rennen. Das gab es im letzten Rund in den letzten 20 Jahren noch nie. Das sind die Beine, die Weltklasse bedeuten.